Es wird Zeit für Giga Dynamax, Inferno-Pod! Werde größer und ändere deine Form! Inferno-Pod, los geht's! Inferno-Pod! Wo bin-Fer-no-Pod! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Schild! Hier aufs Katze, der Kanal für Kinder! Wir sind nach wie vor in der Arena von Feuer-Arena-Leiter Kabu! Und da ist ein kleines Lichtl! Das Lichtl! Ja, in der letzten Folge haben wir dieses kleine Lichtl leider besiegt, aber heute kennen wir die Taktik von unserem Gegenüber, also von dem Trainer, der hier mit uns diesen Kampf bestreiten möchte. Von daher können wir ganz genau die Angriffe einsetzen, um dieses Pokémon eben nicht zu besiegen. Also, das ist unsere Chance! Lichtl! Ja, Lichtl ist total süß und so ein tolles Pokémon von Geist Feuer! Und es wird richtig stark! Aber, meine Lieben, in der Zwischenzeit kommt hier der Hinweis! Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert kannst du den Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden und lustigen Abenteuer mehr verpasst! Videos für die ganze Familie! Und, ich muss nicht sagen, ihr habt's gesehen, wir haben Lichtl gefangen! Yay! So, Achtung! Ein Eintrag für Lichtl! Lichtl, je jünger das Opfer, dem es die Lebensenergie entzieht, desto höher und unheimlicher brennt die Flamme auf seinem Kopf. Ja, ein fast schon unheimliches Pokémon, aber typisch Geist-Pokémon eben. Wäre auch komisch, wenn da drinstehen würde, dieses Pokémon ist friedlich und tut niemandem etwas zu leide. Okay, Pokémon, das sind, ich meine, Pokémon sind ja wie Lebewesen aus der echten Welt. Gut, eine Kerze ist jetzt kein Lebewesen, das stimmt, aber im Tierreich. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Leistung! Kabus Arena-Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben eine Gewinnerin. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena-Leiter Kabu an. Auf geht's, Arena-Challenger! Oh, oh, jetzt geht's aber um die Wurst, meine Lieben. Okay, ich muss erstmal kurz mein Pokémon-Team überprüfen. Und ja, wie schon gesagt, im Tierreich ist es ja genauso wie in der Welt der Pokémon. So der Größere, der Stärkere frisst den Kleineren, den Schwächeren. Oftmals ist das so. Wie zum Beispiel ein Tiger, der eine Gazelle frisst, um zu überleben. Okay, aber gut. Ich bin auf jeden Fall bereit. Und jetzt geht es in die Arena. Ich bin Feuer und Flamme, wortwörtlich für den Kampf. Kabu, du kannst dich auf was gefasst machen. So, Haare sitzen, das ist gut. Und, hä? Oh, Kabu, hallo. Du bist auch auf dieser Seite? Ja, ich bin auch auf dieser Seite. Also, dann mal los. Ich habe schon vergessen, wie ich ihn synchronisiert habe, muss ich zugeben. So, auf geht's in die Arena. Ein richtiger Sportsfreund. Ein richtiger Jogger. Der geht wohl gerne joggen. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. So. Ich bin auf meiner Position. Willkommen. Ich bin Kabu, der Feuer-Arena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Jarus Pflanzen-Pokémon bezwungen. Und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir wollen alle gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker, noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Mhm. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Also gut. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Auf Position, meine Damen und Herren. Auf Position, bitteschön. Ich bin bereit. Ich fordere dich heraus. Äh, Moment mal. Ich fordere dich eigentlich heraus. Los geht's, Wulnona. Wulnona. Wulnona ist ein wunderschönes Pokémon in die Weiterentwicklung von Wulpix. Okay. Ein Arena-Kampf. Das bedeutet, ich kann wieder, wenn ich möchte, deiner maximieren. Aber als erstes ist es Zeit für eine Nassschweif-Attacke. Oh, Ehrlicht. Tja, nicht so schnell, mein kleiner Schwarzfreund. Ehrlicht. Halbiert deinen Angriff. Ja, leider. Daher ist Nassschweif gar nicht so stark. Ich glaube, ich muss wohl zur Aquawelle greifen. Außer aber, ich greife zu einem Feuerheiler. Könnte ich alternativ. Wow. Also, wenn Wulnona angreifst, sieht das echt fabelhaft aus. Aquawelle! Und, haben wir den Gegner verwirrt? Nein, leider nicht. Komm, mein kleines Schmerbe. Komm, du kannst das schaffen. Blutattacke, schnell! Auch wenn das ein Wasser-Pokémon ist, wir trainieren nicht umsonst. In Galar-Mine 2 immer wieder gegen Wasser-Pokémon. Und kennen die Tricks. Oh nein, Wulnona, du wirst es verwirrt. Das ist meine Chance. Ich muss es jetzt einfach riskieren. In der Hoffnung, dass Wulnona sich selbst verletzt. Durch diese Verwirrung. Und? Oh, hab ich Glück. Okay, und jetzt nochmal Aquawelle, Schmerbe! Sehr gut. Das war doch mal ein super guter Treffer. Klasse. Wow, Sonja, Reich, Level 25. Ziva, Level 25. Ziva, du bist auf jeden Fall super wichtig für den Kampf hier. Oh, hat das sogar ein Arcani. Ich glaub's ja nicht. Okay. Hm, wen setzen wir ein? Okay, machen wir das so. Sonja, komm zurück! Du bist dran, Schnuffi! Kickerlo, Kickerlo! Okay, Arcani, du bist dran! Los! Zeig denen, wo hier der Hammer hängt, mein Lieber. Betroger. Ja, er besitzt die Fähigkeit Betroger. Das senkt meinen Angriff leider. Ich möchte es mal mit Doppelkick ausprobieren. Mal sehen, wie viel das abzieht. Oh, viel weniger, als ich vermutet hatte. Schade. Agilität, schnell! Oh, oh. Es wird immer schneller. Ja, meine Lieben, ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz den Hinweis geben. Ihr könnt wieder kommentieren. Wenn ihr auf www.katze.de geht oder kinderkatze.de, geht beides, könnt ihr unter der Pokémon-Playlist nicht nur alle Pokémon-Folgen sehen, sondern auch wieder kommentieren. Ihr müsst nur einen Namen angeben, der kann auch erfunden sein, euer Spitzname und eure Nachricht dazu. Also, liebe Grüße an Leoib. Falls du noch zuguckst, wenn du magst, fühl dich nicht gezwungen, wenn du magst, kannst du wieder gerne kommentieren. Das heißt, ihr kommentiert die ganze Playlist und nicht mehr ein einzelnes Video, denn für jedes Video eine Unterseite zu erstellen, das sprengt leider den zeitlichen Rahmen für mich. Aber so könnt ihr wenigstens immer für ein ganzes Projekt Kommentare hinterlassen. Ihr könnt immer gerne dazu schreiben, zu welchem Video ihr einen Kommentar hinterlassen möchtet. Oh nein, Schnuffi! Okay, jetzt aber schnell Gas geben. Wir müssen nochmal Kopfnuss einsetzen. Oh nein, ja, Biss ist ziemlich hartnäckig von unserem lieben Gegner. Okay, Akani, wir müssen das Ganze schnell beenden, ja? Biss, Attacke, schnell! Okay, okay. So hartnäckig wie er ist, so hartnäckig bin ich auch. Auch wenn man Stuffi immer wieder zurückschreckt. Wir kriegen es noch hin. Jetzt Kopfnuss. Okay, das reicht für eine Ruckzuck-Keep-Attacke. Ruckzuck-Keep, wir dürfen auf jeden Fall immer anfangen. Erste Priorität, haha! Oh nein, Akani, komm zurück, schnell! Gar nicht mal so übel, Katze. Ich hätte nicht gedacht, dass du so gut bist. Aber glaubst du, dass du jetzt noch gewinnen kannst? Es ist Zeit für Inferno-Pod. Was bitte ist eine Inferno-Pod? Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall lustig. Ich glaube, wahrscheinlich ist es die Weiterentwicklung von unserem Feuerspeck. Okay, komm erstmal zurück! Ich brauche einen Vogel. Äh, einen Vogel, Quatsch. Ich brauche meinen Baby, Tex. Meinen Vogel will ich aber danach noch einsetzen. Na los, Kabu! So, nach einer zündenden Idee, mit der du gewinnen kannst. Inferno-Pod, du bist dran! Ah ja, die Weiterentwicklung vom Feuerspeck. Okay, Achtung. Grillspeck. Es wird Zeit für Giga-Dynamax. Inferno-Pod, wähle größer und verändere deine Form. Inferno-Pod, los! Inferno-Pod! Inferno-Pod! Sieht ein bisschen aus wie der Drache Seng Long aus Dragon Ball. Okay. Tex, du musst das schaffen. Wie eine Flamme, die in die Höhe schießt, stecken auch wir uns hohe Ziele. Giga-Feuerkessel. Oh mein Gott. Hoho! Nein, mein Baby! Es tut mir so leid. Okay. Magdalena, du musst kurz ran. Magdalena, wir müssen dich kurz einsetzen, damit wir Inferno-Pod aufhalten können. Denn Inferno-Pod ist ein Feuer-Käfer-Pokémon und hat somit die Schwäche Flug. Flugattacke schnell! Wow, das zieht viel mehr ab, als ich dachte. Giga-Feuerkessel. Wow! Magdalena! Pass doch auf dich auf. Oh nein! Diese Verbrennung durch den Feuerwirbel. Okay, noch einmal pflücker, schnell. So, und jetzt? Giga-Feuerkessel Inferno-Pod. Nein, Magdalena! Okay. Es ist an der Zeit, dass ich meine Geheimwaffe einsetze. Siva, wir brauchen dich jetzt unbedingt. Siva! Okay. Und das kleine Feuerspeck-Pokémon wird wieder klein. So, Siva. Es ist an der Zeit, zu deiner Maximieren. Und die ganze Arena zu überfluten. Geil, bald gibt es kein Feuer mehr. Jetzt gibt es überall Wasser. Los geht's! Achtung! Wumst! Siva, du bist jetzt riesig und super stark. Zeit für eine starke Wasserattacke. Oh, Inferno-Pod versucht es mit einem Käferbiss. Deiner Flut! Wumst! Ha, ha, ha! Da hat das gegnerische Pokémon keine Chance. Und es regnet sogar. Die Arena ist voller Wasser und es regnet. Geschafft. Gut gemacht, Siva. Ohne dich hätten wir den Kampf niemals gemeistert. Du bist eine wahre Heldin. Yay! Oh, nein! Großartige Pokémon, ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Puh, das war ein echt spannender und cooler Kampf. Du hast mich besiegt. Mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war mein jahrelang Erfahrung offensichtlich überlegen. Tja, Respekt. Wie es scheint, habe auch ich noch nicht ausgelernt. So. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und ein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleicht dir nun den Feuerorden. Bitteschön. Wow! Wir haben den Feuerorden erhalten. Klasse Sache! Wuhu! Pflanze, Wasser und Feuer. Und ich kann jetzt Pokémon bis Level 35 fangen. Cool. Wir haben es den Dynamax-Phänomenen zu verdanken, dass Pokémon kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar ist. Jungen Trainern wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass ihr am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft. Und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Das war aber echt spannend. Klasse! Hallo Hub! Was für ein Kampf, Katze! Ich war mir zwar sicher, dass du mit Schmerbe gewinnen würdest, aber... Mann! War das aufregend! Sehr beeindruckend, Katze! Jetzt hast du also schon den Pflanzen, Wasser und Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese TM. Bitteschön! TM38 Ehrlicht, endlich mal wieder eine gute TM. Dankeschön. Ja, kenne ich ziemlich gut. Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Kabus Uniform. Vielen Dank! Auch echt klasse von dir. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen Arena Leitern zu haben. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Du hast ihn gehört! Auf geht's! Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das schlottern, wenn sie uns sehen. Hub jetzt wartet doch. Der Hub muss immer vorlaufen. Habe ich ja nicht mal die Chance irgendwie ihm nachzulaufen. Aber cool! Wir haben den dritten Orden hier aus Engine City. Oh, da ist er wieder. Okay, und da läuft er wieder von. Aber ich laufe immerhin hinterher. So. Komm, gehen wir Katze! Schnell! Hä? Der Arena Leiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden? Wow! Ich weiß, sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Mhm. Es bestehen tatsächlich nur noch so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Katze, Hub, mein Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Hajo, wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenger wünschen, oder? Hehe. Aber nicht nur als Arena Leiter, sondern auch als eure Fans? In der Tat. Und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir ein Fangesang für euch ausgedacht. Also Fangesang meine ich. Hop, hop, hop. Unser Hopp ist total top. Und Katze ist doch ganz klar. Ist genauso unschlagbar. Die Arena Leiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen. Weil wir am Ende der Arena Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's Katze. Klaw City wartet auf uns. Okay, dann mal los. Lustig, dass uns was vorgesungen hat. Fand ich sehr sympathisch, möchte ich mal sagen. Kommt der Arena Leiter und singt uns ein Ständchen. Super. So, und jetzt? Da hast du uns wieder, Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Klaw City liegt irgendwo da drüben, Katze. Wir sollen also da drüben über die Brücke. Theoretisch können wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, können wir uns auch hier gleich stärkere Pokémon schnappen. Für mich ist die Sache klar. Ich mach noch einen kleinen Abstecher und fang mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's. Ein neues Kapitel in der Legende von Hoop beginnt. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du da sagst. Hm, du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich. Da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galarmine 2 hat Katze kurz einen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Wenn du zu schwach für meine Rivalin bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Katze und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Komm her. Ah, das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Katze, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Okay, wie es scheint, werden Hoop und Betis jetzt miteinander kämpfen. Okay, die sollen tun, was sie nicht lassen können. Oh, da ist ein Keifel. Cool, die Weiterentwicklung von einem Quiekel. Oh, es wirkt aber extrem stark. Ich bin mal gespannt, auf welchen Level das sein soll. Es hagelt. Level 36. Ja, ein Level zu hoch. Schade, sonst hätte ich mir das fangen können. Na gut. Ab sofort können wir wieder super coole und starke Pokémon fangen. Ich bin echt gespannt, was uns hier so begegnen wird. So, 50 Watt eingesammelt. Und nein, einen Wunschbrocken möchte ich erstmal nicht hineinwerfen. Aber wir haben wieder die Möglichkeit, in der Naturzone was Spannendes zu sammeln. Melotixsee. Uh, ein Kleoparda. Cool. Kleo, Kleoparda. Kleoparda. Okay, ähm, dieses Kleoparda sollte natürlich gefangen werden. Jedes neue Pokémon ist hier vielleicht wichtig, um in der kommenden Arena zu bestehen. Und hey, ich mein, wer weiß, wofür wir dieses Pokémon gebrauchen können. Sicherlich ist es keine Fehlentscheidung, dieses Pokémon mal ganz kurz zu fangen. So, ich muss nur aufpassen. Es genug schwächen und dann eben im richtigen Moment den Pokéball werfen. So, komm, bleib im Ball. So, komm, bleib im Ball, schade. Ja, auch das Fang ist nach wie vor nicht einfach im Spiel. Denn das muss einem natürlich auch erst einmal gelingen. So, Kleoparda wird von Hageln, Hagelkörner getroffen. Und Sonja muss dann leider den Löffel abgeben. Und Schnuffi soll er jetzt herhalten. Und dieses Kleoparda mal ein bisschen in die Enge drücken, in die Enge zwingen. So, dass wir es dann hoffentlich anschließend erfolgreich fangen können. So, Nitro-Ladung. Level 28. Dieses Kleoparda ist auch gar nicht mal so schlecht. Also rein vom Level. Ich bin mal gespannt, ob wir noch weitere Pokémon finden, die vielleicht sogar auf Level 30 oder vielleicht sogar 34, 35 sind. Das wäre ja auch nochmal richtig wünschenswert für unsere kommende Reise. Oha, klasse. Kleoparda wurde gefangen. Sehr gut. Magdalena Level 30. Sie war Level 26. Und natürlich gibt es einen Pugetix-Eintrag. Kleoparda, dieses Pokémon schleicht sich völlig geräuschlos von hinten an seine Beute heran. Es bestreitet Revierkämpfe mit Gaunuchs. Okay, ja, Gaunuchs ist die Entwicklung von, ähm, von diesem Fuchs. Schon wieder den Namen vergessen. Wie das hieß. Na gut. Dieses Pokémon möchte ich der Person Jacqueline widmen. Liebe Jacqueline, du bist Kleoparda. Ich hoffe, du freust dich darüber. So. Kleoparda kommt in die Box. Danke fürs Zusehen. Mehr liebevolle und kindgerichte Abenteuer für die ganze Familie gibt es auf www.kinderkatze.de. Schaltet da unbedingt mal rein, denn da findet ihr nur kindgerichte Videos für die Kinder. Bleibt katztastisch. Ja, das war mich wahrscheinlich. Was, meine Ärze führt.